Unser erstes Schliersee-Frühstück. Frisch geduscht. Man könnte die Dusche kalte Quelle nennen. Wir haben hier Blick auf den See, wenn auch durch Storchhafen und durch Yoga. Wenn die Sonne scheint, ist es hier schattig beim Frühstück. Dann brauchen wir nicht unsere ganzen Sachen immer schnell in Sicherheit bringen. Und im Moment ist es nicht zu warm. Es ist angenehm. Man muss nicht schwitzen, das ist auch schon viel wert. Vor allem, da muss man ja nicht so drauf duschen, weil das Wasser so kalt war. Ne, Jörg? Ja, ich habe erst gesagt, ich hätte ihn in die falsche Richtung gedreht. Ich hätte schon fast gerufen, ob das nebenan auch so kalt ist. Aber es ginge, es wäre ja nicht eiskalt. Glaub ich nicht. Ja, wir beginnen jetzt unsere Runde. Die 7, noch was Kilometer. Um den Schliersee. Na, Jörg? Ja. Schöne Wanderung. Spaziergang. Ja, doch. Wir erkunden die nächste Umgebung. Der Jörg ist jetzt die Beatles. Ja, Komoot sagt, wir sollen geradeaus gehen. Wir gucken aber mal, wo wir hier landen. Weil Seeweg um den Schliersee hört sich ja irgendwie besser an. A touch of money. A touch of money. Ja, das ist ein Freitag, ne? Ist doch ein Freitag. Du musst mal dran vorbeireiben. So in der Reihe. Genau. Ein Waldxylophon Und da haben sie Abbilder von uns hingemacht. Der nächtliche Störenfried. Rixner Alm. Sonst sind Almen immer ziemlich weit den Berg hinauf und die ist hier ganz unten. Das ist einfach toll hier, trotz Wolken. Das ist der Grund, weil ich den Berg, der Berg auf der Erde, bin ich hier. Der Berg ist vor Ort. Da liegt einfach so ein Kälbchen, da ist sein Kuhstall, wie heißt der Bauer, mit Ferienwohnungen und so. Das ist ja hier süß. Na guck mal an die Straße. An der Seite sind wir gerade hergelaufen. Henna von den Kirchtürmen ist ja von dem Ort Schwiersee. Ich schätze ja mal eher auf den zweiten. Da in die Richtung geradeaus ist unser Campingplatz. Hier wird es städtischer. Schliersee. Am Schwimmbad Schliersee auf der gegenüberliegenden Seite unseres Campingplatzes, welcher genau da ist. Da ist der Ort. Da ist der Ort. Da ist der Ort. Da ist der Ort. Wir sind jetzt ungefähr fünf Kilometer gelaufen und sind jetzt in Schliersee, in der Stadt. Am gegenüberliegenden Ufer unseres Campingplatzes, der da vorne ist. Was hier stört, ist diese laute Straße. Gästehaus Weindl. Direkt da vorne ist schon wieder unser Campingplatz im Hintergrund zu sehen. Gästehaus Weindl. Gästehaus Weindl. Gästehaus Weindl. Gästehaus Weindl. Gästehaus Weindl. Wird ja wohl schön. Talwelt. Und unser See. Vorbereitungen für Seefest am Wochenende vom 29. an. Ob wir da mal hingehen, wissen wir nicht. Ein Wasserspielplatz. Brauhaus Tegernsee. Haben wir da nicht letztens ein Bier von getrunken oder war das Schiebensee oder beides? Fand ich hier toll. Da sind dann die Hütten aufgebaut für das Seefest. Das ist wie Weihnachtsmarkt im Sommer, glaube ich. Der Jörg hat doch vorhin auf dem Wald-Dings-Da-Wurms-Zylophon alle meine Entchen gespielt. Hüppchen in das Wasser. Hüppchen in der Hülle. Café Milchhäusel ist hier. Ich filme. Man kann sich bewegen. Da sind wir hergekommen. Das ist der direkte Fußweg vom Campingplatz zum Ort Schliersee. Oder umgekehrt für uns jetzt zurück zum Campingplatz nach der Seeumrundung. Gut, dass wir andersrum angefangen haben und den schönen Ort zum Schluss ansehen konnten. Das ist so ein Seeausläufer. Auf dem Weg zu unserem Campingplatz sind wir hier noch vorbeigekommen und haben festgestellt, das ist ein Eishockeyplatz. Es ist jetzt wohl ein bisschen zu warm dafür. Nach siebeneinhalb Kilometern ungefähr bisher ist unser Ziel wieder in Sicht. Ziel in Sicht! Echt! Da ist der Campingplatz! Der Pfeil! Hier kommt der! Hier muss ich jetzt pfeifen! Das machen wir immer. Nachts auch. Oder zumindest frühmorgens. Hier hätten wir irgendwo gestanden, wenn die Judith nicht gefragt hätte, ob wir nicht doch ans Wasser kommen. Warte, ich komm mit! Und da sind Astrid und Kalle. Ja!